Es gibt all diese Meditationsformen, die alle darauf basieren, das Denken verstummen zu lassen, das Denken zu beruhigen, kein zügelloses Denken. Das bedeutet, dass es einen Kontrollierenden gibt, der kontrolliert durch Systeme, Übungen, durch eine tägliche Zeit, Feststille. Der Kontrollierende beobachtet immer und der Kontrollierende selbst ist die Aktivität des Denkens. Und so dreht man sich ständig im Kreis, wie eine Katze, die ihren Schwanz jagt. Und das wird Meditation genannt. Nun, Meditation ist etwas vollkommen anderes. Solange man nicht das Fundament der Ordnung in seinem Leben gelegt hat. Ordnung. Es kann keine Ordnung geben, wenn Angst besteht. Es kann keine Ordnung geben, wenn irgendeine Art von Konflikt besteht. Solange unser Haus, nicht das äußere Haus, solange unser Haus, das innere Haus, nicht in vollständiger Ordnung ist, so dass große Stabilität herrscht, kein Herumwandern, liegt große Stärke in eben dieser Stabilität und deshalb in dieser Ordnung. Nur dann kann man fragen, was wahre Meditation ist. Fragen, ob es ein solches Ding, etwas jenseits aller Zeit gibt. Dies untersuchten Philosophen, Wissenschaftler und religiöse Menschen, um das zu finden, was jenseits menschlichem Ermessens liegt, das jenseits der Zeit ist. Weil, wenn man dies finden, treffen, entdecken, sehen könnte, bedeutet das Unsterblichkeit. Das liegt jenseits des Todes. Sehen Sie, das hat der Mensch wirklich gesucht. Auf verschiedenste Weisen, überall auf der Welt, in verschiedenen Glaubensrichtungen. Denn wenn man das entdeckt oder das erkennt, dann hat das Leben keinen Anfang und kein Ende. und es ist deshalb jenseits aller Konzepte. Folgen Sie, es ist etwas Immenses. Nun, um darauf zurückzukommen, sehen Sie, wir beschachten das Leben niemals als eine gewaltige Bewegung. Unser eigenes Leben als unermesslich, weit, mit großer Tiefe und ungeheurer Ausdehnung, weil wir unser Leben auf so eine schäbige kleine Angelegenheit isoliert haben. Und das Leben ist wirklich das heiligste Ding im Dasein. Jemanden zu töten ist der irreligiöseste Horror. Sehen Sie, wir sehen die Welt nie als Ganzes, weil wir so zerrissen sind. Wir sind so fürchterlich begrenzt, so unbedeutend. Und wir haben nie dieses Gefühl der ganzen Zeit, dass das Meer, die Geschöpfe des Meeres und der Erde, die Natur und der Himmel, das All Teil von uns sind. Nicht eingebildet. Sie können in fantastischen Einbildungen aufgehen und sich einbilden, das Universum zu sein. Dann werden Sie plemplem. Aber dies kleine, ich bezogene Interesse zu zerbrechen, nichts von dem zu haben, dann können Sie von dort aus unendlich fortschreiten. Liebe kann nicht sein, wo Eifersucht, Ehrgeiz, Aggressivität bestehen. Und wo diese Qualität besteht, entsteht daraus Mitgefühl. Wo dies Mitgefühl ist, da ist Intelligenz. die Kliniker aus Möbel und wie es mit dem die Kliniker aus Möbel die Kliniker aus Möbel ist, die Kliniker aus und wie es mit dem wird die Kliniker aus mit dem das ist, wie es